jetzt ist es endlich passiert robert habeck hat sie verspekuliert er hat einen großen fehler gemacht der jetzt für einen enormen wirbel im internet und ganz besonders auf twitter sorgt wir werden uns gleich ein brisantes video anschauen welches wieder jetzt sozusagen an die oberfläche getreten ist und damit dürfte robert habeck vor gewaltigen problemen stehen weil und jetzt werfe ich einfach mal die frage in den raum wer nimmt ihn denn jetzt überhaupt noch ernst nachdem diese doppelmoral und diese scheinheiligkeit letztendlich offen gelegt wurde bevor wir jetzt aber reinschauen möchte ich ihnen noch ganz kurz sagen werden letztendlich für diese empörungswelle die jetzt über robert habeck reinbricht verantwortlich ist und das ist niemand anderes und die geschichte das schicksal könnte es nicht schöner schreiben als analina baerbock warum genau analina baerbock das werde ich nach diesem video ausschnitt verraten den wir jetzt gemeinsam anschauen werden womit fahren eigentlich unsere autos kann es sein dass da öl aus saudi arabien drin ist und hat sich da einmal gedanken drüber gemacht und wo ist eigentlich die markus land sendung gewesen wie verlogen wir sind dass wir uns über putin aufregen aber mit saudischem öl durch die gegend gondeln ich hoffe sie haben ganz genau aufgepasst weil jetzt wird es äußerst brisant jetzt kommt der eigentliche in anführungsstrichen skandal der jetzt eben für diese empörungswelle sorgt gleich danach nach meiner erläutung werden wir uns aber noch den zweiten teil des gesprächs anschauen wo robert habeck ungeheuerliches sagt also man fasst sich da eigentlich an den kopf aber das möchte ich kurz aufheben weil ich habe ihnen ja versprochen ich möchte ganz kurz darauf eingehen warum jetzt analina baerbock robert habeck in solche enorme schwierigkeiten gebracht hat hintergrund ist nämlich dass analina baerbock heute vor die presse getreten ist in einer äußerst demutsvollen geste kann man schon sagen und etwas eingestehen musste was sichtlich schwer gefallen ist nämlich dass man nun doch an saudi arabien waffen liefern möchte also man bricht sozusagen das große versprechen welches von der grünen fraktionsspitze abgegeben wurde dass an nicht demokratische staaten an autoritäre staaten keine waffen geliefert werden und jetzt können sie als zuschauer sicherlich eins und eins zusammenzählen analina baerbock macht diese ansage und robert habeck saß kurz davor in der sendung und hat verkündet eben mit dieser mit dieser grünen überheblichen arroganz dass man auf keinen fall mit autoritären staaten zusammenarbeiten wolle und diese aussage hat sich jetzt natürlich als komplett falsch herausgestellt als heiße luft sozusagen analina baerbock ist robert habeck sozusagen in den rücken gefallen sie hat ihn bloß gestellt und ich kann mir auch vorstellen dass jetzt innerhalb der grünen zu enormen grabenkämpfen kommen könnte weil robert habeck wird sowas sicherlich nicht auf sich sitzen lassen was ist denn ihre meinung wie wird die ganze geschichte letztendlich ausgehen schreiben sie es in die kommentare und wir schauen jetzt den zweiten brisanten teil des videos an robert habeck mit einer absolut dämlichen aussage aber schauen sie selbst wir haben an jeder stelle beim abbau von produkten für jede form von handys computern und so weiter sind wir in einer verantwortung mit manchmal schwierigen ländern und schwierigen regimen was immer wir tun hat konsequenzen wir sind keine engel aber wir können versuchen schritt für schritt die konsequenzen ein bisschen weniger schlimm zu machen da sagt er allen ernstes wir sind keine engel ja robert habeck das haben wir gemerkt die grüne partei die an doppelmoral und scheinheiligkeit eigentlich gar nicht mehr zu überbieten ist dass die keine engel sind das brauchen sie uns nicht zweimal erzählen das ist aber alles was ich zu sagen habe bitte lassen sie noch ein abo da so stärken sie unsere gemeinsame bewegung und bis zum nächsten video